Wie setzen Sie sich für Inklusion ein? Ja, das ist eigentlich eine sehr schöne Frage, wie ich mich für Inklusion einsetze. Also, ja, ich mache eigentlich schon sehr viel eigentlich. Und zwar, ich habe, ja, also wie gesagt, ganz einfach, ich bekomme Einladungen. Wie zum Beispiel, ich darf Vorträge halten über die Inklusion. Wie zum Beispiel, ich halte so an Lehrerfortbildungen, halt Vorträge und halt auch von Studenten. Und ja, und ich bekomme halt auch, also an Podiumsdiskussionen darf ich teilnehmen und halt auch an Talkshows darf ich teilnehmen und so. Und ja, da mache ich halt auch ganz, ganz viel. Und ja, da mache ich halt auch ganz, ganz einfach, ganz einfach, ganz einfach, ganz einfach.